Ehhhh... Freunde! Da ist hier wieder! Oh, Alter, was? Oh, jetzt freizet es sehrmasterm! Oh, ein kleines Update. Ganz schön kalt. Aber was auch kalt ist. Hier mein VEACHEENERGY! Oh, habe ich gefunden, weil ich muss jetzt ein bisschen aufbundelt gehen. De-deh-deh-deh, Alter, ich fall hier fast um, Leute! und ein bisschen aufpassen, sitz ich gerade so in der Russen-Hocke. Boah, und der Traube, Assay, spricht man aus, Vita Energy, 0,33 Liter, Pfandose, wer ja gleich abgegeben, weil, Leute, ein kleines Problemchen, ne, bin jetzt so, in letzter Zeit, bin ich ein bisschen obdachlos geworden, deshalb chill ich hier auch gerade irgendwie vor so einem Balkon, hier hinten ist auch irgendwie einer, aber, olle, das ist auch so scheiße, auch mein Food-Table habe ich natürlich dabei, Food-Table, so Zeug, bisschen essen, boah, also man kommt schon, man kommt ja unklar, Leute, aber, boah, muss leider meine Kamera verkaufen und da waren noch drei Food-Reviews drauf, alter, muss auch mal gucken, wie ich das hier zogladen, wahrscheinlich geht's den Internet-Kaffee, deshalb gibt's jetzt hier so ein bisschen Freestyle-Food-Reviews da immer, weil, Leute, da kann, da, da, kann mir aber nicht fehlen, Mann, aber ich würd sagen, ich schwafe hier viel zu viel, Leute, wenn ihr Fragen habt, steht hier in die Kommentare für ein FAQ-Video, muss ich dann auch irgendwie eine Internet-Kaffee machen, und ja, oh, Alter, ich krieg den gar nicht mehr auf hier, he, he, Leute, die Straße, ne, ooooh, ooooh, die Straße, he, 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 so ein Prost, he, 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 ooooh, 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 Alter, Leute, ist das kalt, also übergässt ich den Energy, der ist auch kalt, he, 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 hab ich in so'n Kühlschrank gestillt, in Rewe, ooooh, aber wie der Energy, also rote Traume, Asylum-Kämmer von 28 Black, so schmeckt das jetzt nicht, Schwingt auch nicht so auf Energy, aber eher so nach Traum, eher so wie den Traumsaft mögen, kann ich mir das empfehlen, uah, ansonsten kann man halt mal gönnen, blablablabla blablabla